es gibt es sich das fette fiel vielen dank dass du streifisch mal zurückgebracht hast du kannst das tor passieren und deinen weg fortsetzen sehr schön so sieht's aus ich finde die echt voll süß die dinge die haben voll die glutsch glutschi glutschi Augen das ist der Affe nein okay guter Arbeit muss mit dem Talent für Familienzusammenführung für das Hochzeit retten diesen Tunnel bleibt so gut hin weil das nicht ist was hier das mit dem einen Hund auch nöt der Dackel Teil das war es letztlich was ich gespielt hatte das letzte oder das erste das letzte das kann sie einfach gar nicht generell viel das Hochzeit da habe ich mir nicht viel von mitbekommen 18.000 ich finde das auch irgendwie cool wie viele Leute die gleiche Anzahl an Punkten haben das ist eigentlich immer eine Kombination aus äh Multiplikator und welchen man einsammelt ja wenn du mal jetzt wirklich einfach nur durchwichst das Spiel so wie wir es wir gerade machen oder Erdmännchen, oh das war glaube ich ganz cool hey Pelzlose kannst du hüpfen, überlebe und sammle Punkteblasen solange du kannst bevor du dein voll Leben lässt meinst die feurigen Kohlen und fallen es von den Erdmännchen drück mir den roten Knopf zum Starten wie wie konnte man denn noch mal ganz hoch springen dann glaube ich im richtigen Moment genau im richtigen Moment X drücken auch gut der Musik wir müssen Punkte sammeln wir müssen Punkte sammeln wir müssen Punkte sammeln wir müssen Punkte sammeln der Rafe in seinem Haar Entfernungs Dings Video so jetzt kommen wir natürlich nicht die ganze Zeit mit hier nur Punkte da kommt schon die ersten Bösewichte nun bei Freude vielleicht wissen wir so nicht mehr wer jetzt wer von uns ist da ist wieder voll voll also das ist auch so ein Level da kann man halt äh nicht das kann man nicht beten ohne zu sterben es geht einfach nicht es hat einfach kein Ende es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter und es wird immer schwerer und schwerer und schwerer das ist ich verkack jetzt schon sehr gut ich mache einfach so weil ich mich komme ich konnte ein bisschen was erzählen ich bin ja nicht so die große Rednerin nö das überlasse ich jetzt hier ich muss auch was lernen ok da muss ich ganz 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 schlecht spielen wie ihr so bis ins Feuer ich will immer mein Bestes geben ich will Leuten zeigen wie schlecht ich bin alles da kommt schon das erste Böse ach die Dinger sind kacke ja da muss man nämlich komplett rüber springen wohoo ok so dann hat sich das auch schon erledigt Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viele Erste er hatte. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Hey, da ist ein Mendenkopf. Wo ist ein Mendenkopf? Da. Ach du Scheiße. Voll brutal. Irgend so ein Tiki-Teil. Ich will den haben. Schnell, hol dir. Ich lasse dir die Zeit. Hallo? Ich habe doch was im Gesicht. Ich habe mein Gesicht. Das sieht so aus wie von God of War, weil der hat auch so einen Strich hier so. So, ich mache mich mit durch, ne? Oh, Fritos Hochzeit. Nein, die Hochzeit. Dei Hochzeit. Der Hochzeitsempfang. Bam! Sehr gut. Alleine. Female! Ja, ja, ja. Da kann man sich hier dran festhalten. Auch nur. Es bringt zwar nichts, aber man kann es auf jeden Fall. Ich habe immer was im Gesicht im Gesicht. Alles war doch dieses komische Lied da. Alles süß. Die hat für diesen wunderschönen Hochzeitsempfang, äh, hart gearbeitet. Doch der Bräutigam, Donnu, ist verschwunden. Der ist voll süß. Dem sein Auge schwammelt so voll hin und her und macht voll die süßen Geräusche. Das ist das Auge. Was? Das Auge macht die Geräusche, oder? Nein. Der hat so geredet. Ach so. Genau so. Auch nicht die Teile. Der ist zu zweit, es ist echt doof da drauf. Das ist auch süß, weil der Schild hat eben, also jedenfalls eh mal da geschieht. Okay. Der zu zweit ist da ja richtig kacke drauf. Gut, stimmt. Boah, wir müssen alle Ballons vernichten. Juh. Was? Ach so, das gehört sich so. Ich wollte da oben hin. Wir müssen weitergehen. Ich wollte auch mal, äh, ach so. Muss man so immer runterschlagen. Stimmt, genau, richtig. Also bei dieser Hand. Ich hab mich echt nur weh an das Spiel erinnert, das ist echt traurig. Aber die Musik, die weiß ich einfach immer und auswendig, ja. Wobei, das, das Lied, das ist weit für mich nicht so prägend. Also das war auch jetzt nie so nett, was ich ja mit dir so wirklich gespielt hab. Weil ich hab bei Hochzeit fast also lange nicht mehr. Ja, weil es auch, hier war es auch doof, halt. Zweit. Hallo. Hi. Wegen diesen Springdingern. Ach, cool. Und die Teile gehen nicht wieder zu, also die bleiben offen. Hab' einfach auch gedacht, die werden wieder zu. Ne, die gehen wieder zu. Aber nicht so lange nicht drum bin. Ne, so lange du. Also hat man keinen Zeitdruck. Jöh, oh. Ach, nö, ey. An sich ist er ja nicht so schlimm. Verdammt. Wir müssen nicht irgendwie zählen. Ich geh mal auf das andere. Ich bin tot, komm, mach mal. Nein, nicht töten. Ich meine, das wollte ich doch gar nicht. Okay. Hau rein. So, okay, doch. So, okay. Supi. No. I'm dead. Bist du Vater? Ja, ich bin Vater. Als, als weibliche. Hauptdarstellerin. Hauptdarstellerin. Boi. Slav. Oh, bitte, finde mein Lieb Donbu, ich habe gehört, er sei zu dir. die gewöhnliche er hat gestichen gesteckt ich habe es war auch das mit 999 Toten ich muss das Teil aus das heißt kein Absicht Prozent wo sie zum Fehr die Verlust und den ins Gesicht wird müssen zuerst ins Gesicht du wolltest es hier so haben ich soll in zwei Stück aber ja ein bisschen sie werden überlebenslos über dieses Vieter mit dem Bad ist wo sie röpsen und das ist ein bisschen überlebenserausforderung ich bin warum darf ich dann schützen lauter links und rechts und durch die Löcher und Plattformen zu fahren bei der scheußlichen Gäste wir werden sehen was wir uns haben das natürlich auch nicht zu schnell sein das ist doch böser böser Quall so wie jetzt gerade da kann ich hier doch kannst du wohl denn ist ich habe mich da dran erinnern ich glaube die prägendsten L L er hat vom 8 ich hätte es die dringend der will sie für mich nicht die Autolevel. Achso, ja. Wie heißt es, die? Battles von... Ne, Atlas von Battles. Und dann tut ich einen Penner an Battles. Ja, das auf jeden Fall und die letzten. Ja. Ja, aber bei den letzten ergab's glaube ich zwei Stück, wo man mindestens drei Spieler verbrauchte. Und halt einfach von der Schwierigkeit her. Das ist auch nicht so sexy. Wackelstangen. Du, mit Hilfe aufnahmen alles durchboxen. Mach schon. Also ich nehme jetzt... Ich weiß nicht mehr genau, was man alles kommt. Renn und springe so schnell wie möglich, halt diesem Wackelliegen hin ins Parcours entlang. Und meine dabei, die standen in den Fall und schlage den Timer und gelage so schnell wie möglich zum Ziel quosten, um den Rekord zu schaffen. Nicht vergessen, dass man von Punkteblasen hält den Timer an und bringt dir Punkte. Ohhhh! Juuu! Das war aber jetzt zu wackelig. Achso. Ach, okay. Uah! Nö! Rot. Gibt's dir ein Ende hier, ne? Ja. Supi! Uff da! Tut mir leid! Nein! Ah, okay. Ah, sehr schön! Tolle Musik! Ach genau! Und wenn man alle Preisblasen eingesammelt hat, konntest du so Kikeriki. Genau, wenn man alle Preisblasen in einem Level eingesammelt hat, konntest du. Okay. Normalerweise kriegt man am Ende des Levels auch immer eine Statistik, wie viele Punkte, äh, Preisblasen man eingesammelt hat. Von denen die es im Level gibt. Also wenn es vier Stück gibt und man zwei eingesammelt hat, hat 50%. So geht's aus. Und wenn man dann 100% hat, bevor das Level beendet wird, kommt da so ein Kikeriki. Und dann kann man das Level eigentlich schon beenden. Dann gibt's auch noch öfter, hab ich schon gehört, das ist irgendwie so ein Gong. Ich weiß noch nicht, wofür der ist. Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Die Finsternis. Das ist echt so ein Hasslevel von mir. Ja, das ist zum Kotzen nicht. Das hat man einfach so hässlich vom Mund, oder das wird der sowieso gleich selbst nehmen. Ich hab da für irgendwas auch ziemlich viele Versuche gebaut, irgendwie für alle Preisblasen oder für... Nicht sterben. Ich hab alle Preisblasen. Weil bei irgendwas... Das ist eigentlich weiß kacke hier. Das ist donenlustreuer Hund. Er trägt ein Licht und geht dir folgen, um deinen Weg zu erleuchten. Er kann dich auch mitnehmen, wenn er auf seinem Rückgesprung ist. Allerdings muss man weiß genug vornstehen, weil sonst glaubt er doch nicht so steh'n. Oder man darf nicht weit gehen. äh, zu weit vorne stehen. Kann auch sein. Der ist so langsam. Mh. Kommt er was klauen? Bestimmt. Weil das Auge... Ich will seine Nase haben. Ich will seine Nase. Ich will das Auge haben. Ne, nicht das Kreuz, ich will das Auge haben. Vielleicht wird er eh stehen. Mach schon mal weiter. Ich weiß. Ich muss jetzt einmal den Rückwärtsgang einschalten. Okay. Na, der geht auch einmal hinterher, das ist ganz gut. Ne. Ist ja einfach nichts mehr. Ich brauche Licht. Oh. Gut. Aber irgendwie ist es auch so süß wie mit seinen Schwänzen. Ja, nicht so eine Tatsache, dass ich es hasse. Ich will es gerne als Haustier haben. Aber ohne die Lampe. Ja. Ich brauche auch bestimmt nichts zu fressen. Wieso? Das hat so große Augen im Hintergrund. Ich brauche so ein Affe. Schalter. Hier gibt es auch Schalter, ja. Nicht nur Klöpfe, sondern auch Schalter. Ah, ich glaube jetzt nicht mehr. Stimmt. Hey, du sollst da hin. Hallo. Ne, du scheiß Teil. Steh auf. Hahaha. Will ich davon nicht springen, weil da oben sind nämlich stacheln. Das wäre nicht so sexy. So. Was kommen hier ist denn alles? Oh. Die habe ich einfach mal gar nicht gesehen. Ich bin irgendwie mit reingelaufen. Ich bin irgendwie mit reingelaufen. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh. Gut. Jetzt mitverstanden. Oh. 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 Pfff. Ach du Scheiße. Nein. Oah. Oh bzw. Ach. Oh, Meno. Hallo. Hlloo. dann am ende noch mal so richtig so schwung hat ich habe es gerade schaum genannt sehr gut für mich erleben bist du der rettungstrupp ich habe mich verirrt und bin zu schwach für den rückweg packe mich und bring mich zurück zu meinem liebten frieden der rülpst tatsächlich oder in die stachel nur ein bipp stehen ich muss fahren lassen nein auf seinen haaren ziehen zu all seinen haaren herbeigezogen der level editor 2 man kann es auch viele sachen gelder das ist ich bin ich bin zu ich bin zu dick und will zu kommen geh weiter ich treffe dich draußen ein nicht ich bin mehr japan .. du das ist jetzt jetzt selber aus dem Weg Also, ich glaube, der geht so weiter. Ja, wobei ich es kaum bemüht habe. So, noch ein extra Level Blasenlaborwind. Braucht mir jetzt irgendwie nichts. Oder?